Outfits of the Week Und die, die mein letztes Video gesehen haben, was ihr übrigens solltet, mein Fashion Haul aus Berlin, die erkennt bestimmt das ein oder andere Teil auch wieder und dann wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß und wir sehen uns am Ende wieder. Outfits of the Week 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Dann würde ich mich auch sehr freuen, wenn ihr Spring Lookbook in die Kommentare schreibt. Das ist natürlich immer ein bisschen schöner gefilmt, bei besserem Licht und besserem Wetter. So wie heute übrigens. Und ansonsten findet ihr hier jetzt noch meine beiden letzten Videos verlinkt. Und dann würde ich mich natürlich wie immer freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Ciao!